guten morgen wieder aus österreich ja wir haben glaube ich gerade 8 uhr und frühstücken jetzt und ja es ist wieder heute sehr schönes wetter keine einzige wolke hier bei den bergen und da auch nicht ja das sieht doch echt gut aus heute wandern wir mal auf den gipfel wir fahren jetzt erstmal glaube ich mit einer seilbahn hoch und dann wandern wir von da aus auf den gipfel und ja jetzt wird erstmal gefrühstückt und dann geht es wieder los also los geht's so 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 wie es, glaube ich, geht. Und ja, das wird, glaube ich, richtig cool. Dann sehe ich zum ersten Mal ein Gletscher auch richtig aus dem Nahen. Also ich glaube zumindest, dass wir da sehr nah rankommen. Und ja, darauf freue ich mich schon sehr. Und ich würde jetzt sagen, wir sehen uns morgen. Wenn euch der Vlog gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumchen da. Und bis morgen. Tschüss. Tschüss.